Hi, hier ist deine PTA Love Week am 18. Januar. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Dermasens Rosamin. Mehr zur Pflegelinie und insbesondere zur Dermasens Rosamin getönten Tagespflege mit LSF 50 erfährst du später. Berufserfahrene PTA dürfen, eine pädagogische Zusatzqualifikation vorausgesetzt, die Praxisanleitung des pharmazeutischen Nachwuchses übernehmen. Doch diese muss erst absolviert werden. Die Anforderungen sind aber nicht bekannt und eine einheitliche Regelung fehlt, weil die zuständigen Behörden der Länder in der Pflicht sind. Das Fax ist aus der Apotheke nicht wegzudenken und noch aktiv im Einsatz, unter anderem zur Übermittlung von Kostenvoranschlägen. Doch damit ist ab dem 1. Februar Schluss, denn ab dem Stichtag müssen Himi-Kostenvoranschläge elektronisch übermittelt werden. Derzeit sind verschiedene Medikamente von Lieferengpässen betroffen. Warum also nicht zurückgegebene Packungen erneut abgeben und zu Lasten der Kasse abrechnen? Denn die Möglichkeit zur Wiederabgabe zurückgegebener Arzneimittel besteht, ist aber kein Muss. Mehr dazu erfährst du auf pta-in-love.de. Kommen Frauen in die Menopause, ist deine Beratung gefragt. Und zwar auch in Sachen Verhütung. Die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft im Alter zwischen 45 und 49 Jahren liegt zwar bei lediglich 5%, dennoch ist sie nicht ausgeschlossen. Dermasens Rosamin mit dem 5-fach Wirkkomplex ist die perfekte Gesichtspflege bei zu Hautrötungen, Kuperose und Rosazea neigender Haut. Der pflanzliche Wirkkomplex reduziert Rötungen, das Entzündungspotenzial im Gewebe und stärkt die Hautgefäße. Zur Serie gehören die Rosamin Emulsion, das intensiv beruhigende Serum sowie die Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 50, mit und ohne Tönung. Ohne Reinigung geht's nicht. Darum gehört auch die Rosamin Reinigungs Emulsion zur Pflegeserie dazu. Das Dermasens Tonic kompletiert die Reinigung. Die Dermasens Rosamin getönte Tagespflege mit LSF 50 neutralisiert mit grün verkapselten Pigmenten Hautrötungen und sorgt für einen ebenmäßigen Ton. Der pflanzliche 5-fach Wirkkomplex stärkt die Gefäße und beugt Rötungen vor. Außerdem beugt Lichtschutzfaktor 50 sonnenbedingten Hautveränderungen vor. Informiere dich auf der Dermasens Website www.dermasens.de ausführlich zu den Produkten und finde über den Apothekenfinder die nächstgelegene Apotheke mit deinem neuen Dermasens-Produkt.